Hallo und Herzlich Willkommen zurück zum Landwirtschafts-Simulator 2017. Mein Name ist GTA Rambo. Wir sind mal wieder am Händler und wir benötigen einen Ladewagen. Hier Ladewagen. Dann würde ich sagen wir nehmen diesmal schon mal den nächstgrößeren. Der ganz große ist ein bisschen übertrieben. Wir nehmen einfach den hier. Den nächstgrößeren. Kann man da was optimieren? Nein kann man nicht. Also dann würde ich sagen dann kaufen wir den. So und dann können wir nämlich jetzt mit dem Ladewagen. Wir haben ja einen entsprechenden Traktor dazu. Dann können wir mit dem jetzt unser Gras zusammen sammeln. Wo wir jetzt in den letzten Folgen gemäht haben. Und dann mit dem Schwader zusammen gesammelt. Und ja ok das war jetzt wieder nix. So jetzt. Genau. Fahren wir mit dem hier raus. Und dann tun wir mit dem jetzt das Gras zusammen sammeln. Und dann würde ich gleich mal sagen dann machen wir da gleich mal eine Silage draus. Beziehungsweise mal ein Teil fahren wir rein. Schon mal zu den Kühen. So viel wie rein geht. Und den Rest tun wir in Silo und machen Silage draus. Und dann würde ich mal ansagen dass wir dieses Mal mit Kühen anfangen. Und mit Schafen. Genau. Jetzt müssen wir hier rein. Ok. Was hängt der jetzt hier? So hier ein Baum. Hallo. Das ist eine schwere Einfahrt hier. Hallo. Ohhhhh. Ohhhhh. Hier mal. So. Jetzt gibt's doch jeder. Jetzt gibt's doch jeder. Motorsäge, was nimmer, Stihl. Kann man den nicht wegsägen? Doch. Hallo? So, hauen wir den weg. So, dann müsste doch das jetzt funktionieren. So, jetzt funktioniert es besser. So, dann machen wir den jetzt hier in Stellung. So, einschalten und absenken. So, dann können wir jetzt hier unser Gras zusammensammeln. Und ich weiß jetzt nicht, sollen wir das jetzt machen lassen mit dem Helfer? Nein, das machen wir so. Das müsste jetzt eigentlich ja relativ zügig gehen. Ja, auf jeden Fall werden wir dann unsere Tiere quasi... Äh, fangen wir jetzt dieses Mal mit Kühlen an. Dann können wir nämlich gleich noch einen Futtermischwagen kaufen. Ich meine, es ist ja jetzt gut, dass wir das Geld haben für Sachen, dass wir dann schon mal Sachen kaufen können. Und auch bessere Sachen dieses Mal. Wir müssen nicht so klein anfangen. Und ich finde eigentlich die Map, die ist auch ziemlich schön. Schön. Also, die gefällt mir sehr gut. Und ja. Könnt ihr jetzt auch noch ein Holzhäcksler kaufen? Ich glaube, den kauf ich dann jetzt auch noch, wenn wir hier mit Heu und so weiter fertig sind mit Gras. Dann könnten wir mal ein bisschen Holz noch häckseln. Dort oben an dem einen Feld, dort stehen ein Haufen Bäume. Da könnte man eigentlich schon mal, da könnte man schauen. Ja, der tut ja hier noch, äh, flügen. Und da oben stehen ein paar, paar Einzel, äh, Haufen Bäume. Und die könnte man eigentlich mal alle weg machen. Dann hat man auch mehr Platz zum Wenden und so weiter. Also, das würde ich jetzt auf jeden Fall mal machen. Okay, das geht ja jetzt eigentlich ziemlich zügig hier mit dem Einsammeln. Dann haben wir jetzt einen fast vollen Wagen. Okay. 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 So, jetzt ist der voll. Dann fahren wir jetzt mit dem. Fahren wir jetzt auf den Hof. Und äh. Wir lagern den ein. Also gut, die, 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 die Straßen und so sind halt ziemlich eng hier auf der Map, aber das finde ich jetzt nicht mal so, so schlecht. Weil das ist ja in Wirklichkeit eigentlich auch so, dass die Straßen ziemlich schmal sind. Dann müssen wir hier jetzt rechts. Rechts. Und dann hier links hoch. Da müssen wir eigentlich schon beim Kuhhof sein. Jetzt geht's hier auf jeden Fall mal vorwärts mit dem, mit dem, mit dem schönen Traktor hier. Dann haben wir auf jeden Fall genug PS. Jetzt hier links hoch. Da müssen wir eigentlich schon beim Kuhhof sein. Fast. Das ist auf jeden Fall ziemlich eng. Jetzt sind wir hier beim Kuhhof. Genau. Müssen wir mal schauen, wo wir hier abladen müssen. Ich schau jetzt gerade mal kurz. Hier wäre auch noch mal eine Wiese. Was kostet die eigentlich? 33.000. Könnte man eigentlich auch da nochmal kaufen. Jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, wir müssen hier drin abladen. Jetzt machen wir hier mal auf. Ja, ich glaube hier drin müssen wir abladen und fahren wir hinten rum. Und fahren hier rein. So. Dann machen wir hier noch auf. So. Dann machen wir hier noch auf. Das muss ich sagen, dann fahren wir hier hinten rum. Geht das? Hier werden wir fast nicht reinkommen. Das haben wir dort schon wieder zu groß eingekauft. Hier ist ja eine schöne Straße hinten rum. So. Dann können wir hier jetzt rein. So. Zack. Passt gerade so. Dann können wir hier mal abkippen. So. Dann haben wir hier schon mal voll. hier. Dann haben wir hier ein Silo rein. Dann müssen wir jetzt Steuerung. Genau. Dann müssen wir jetzt Steuerung. hier. Dann fahren wir jetzt nochmal zurück. Dann fahren wir jetzt nochmal zurück. hier. Ich kenne mich halt noch nicht so gut aus jetzt auf der Map. Aber das wird dann schon. Dann fahren. Oops. Dann fahren wir hier rechts aus, Fabi. Genau. Dann kommen wir hier rechts aus, Fabi. dann kommen wir hier wieder zurück zu unserer Wiese. Und ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge vom Landwirtschaftssimulator. Also mit unserer Heuarbeit hier, Grasarbeit, das läuft auf jeden Fall. Was ist jetzt? Was war das? Hier ist doch nichts. Hallo? Irgendwas bin ich hier drauf gefahren, aber hier ist nichts. Okay, das sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Daumen nach oben und natürlich ein kostenloses Abo. Keine Folge mehr verpassen und Kritik und Lob in die Kommentare. Euer GTA Rambo. Ciao! Ioer